Sonntag, der 12. März 2023. Bis zum Haupttermin des Mathe-Abis vergehen noch 52 Tage. Noch 52 Tage heißt, wir haben in etwa Bergfest. Die Hälfte unserer gemeinsamen Lernzeit ist bereits vorüber. Und zur Feier des Tages möchte ich dir nochmal meinen Mitgliederbereich bei YouTube zeigen. Du weißt, ich sammle fleißig Mitgliederinnen und Mitglieder ein und ich wollte dir hier nochmal die verschiedenen Level zeigen. Du kannst hier, wenn du Level 3 Mitglied wirst, eine 45-minütige Coaching- oder Meet & Greet-Session via Zoom oder Ähnlichem buchen. Das heißt, für alle Menschen, die hier Level 3 buchen, dann lernen wir uns mal richtig kennen. Dann machen wir eine kleine Zoom-Session, tauschen uns ein bisschen aus über Schule, über das Abi und vielleicht rechnen wir ein paar kleine Aufgaben, wie du Bock hast. Wenn du möchtest, werde Mitglied und unterstütze meinen Channel. Ich werbe da ganz aktiv dafür, weil ich es total klasse finden würde. Wenn du das supporten würdest und das gesamte Projekt hier unterstützt. Auch wenn nicht, werde ich weiterhin coole Mathe-Sachen machen. Für alle Menschen, die abonnieren, nicht abonnieren, Mitglieder sind, nicht Mitglied sind. Alle sind willkommen, alle sind dabei. Mathe mit Regelsen mitmach-Channel und ich finde es mega nice, wenn möglichst viele Leute einfach mitmachen. Wie zum Beispiel bei How to Mathe Abi. Da sind wir jetzt in Woche 7 und haben uns weiterhin mit Vector Tools beschäftigt. Vector Tools war auch das Thema dieser Woche. Ich habe den Vector Tools hier zwei Wochen gewidmet. Ich finde es einfach wichtig und ich denke, das ist gut, wenn wir hier sauber und ordentlich trainieren. Fünf Aufgaben zum Skalarprodukt, drei Aufgaben zum Winkel, drei Aufgaben zum Kreuzprodukt, drei Aufgaben zum Konzept Wege im Koordinatensystem. Das war fancy. Fünf Aufgaben zum Thema Geradengleichungen aufstellen und zwei Abi-Aufgaben. Das haben wir in dieser Woche gemacht. Eine Geometrieaufgabe aus Bayern, eine Analysis-Aufgabe aus Mecklenburg-Vorpommern. Das war so eine Musteraufgabe. Die war sehr, sehr schön. Aufgabe mit dem Computer-Algebra-System. Da habe ich ja noch nicht verraten, aus welchem Bundesland die kommt, weil ich so ein bisschen, mich hat mal interessiert, wie du den Schwierigkeitsgrad da einschätzen würdest. Das haben wir in dieser Woche gemacht. Die Lernziele würde ich folgendermaßen benennen. Das sind sie fünf Stück. Und bitte konzentriere dich und versuch für dich mal zu beantworten, ob du diese Lernziele erreicht hast mithilfe der Videos. Du kannst das Skalarprodukt zweier Vektoren berechnen. Du kannst den Winkel zwischen zwei Vektoren berechnen. Du kannst das Kreuzprodukt zweier Vektoren berechnen. Hashtag Fischiregel. Du kannst das Konzept Wege im Koordinatensystem anwenden. Und du kannst eine Geradengleichung aus zwei Punkten aufstellen. Diese fünf Ziele waren in der Woche zu erreichen. Jetzt kannst du dich mal fragen, ob du die Ziele erreicht hast. Kannst du auch wieder unter diesem Video kommentieren. Würde mich mega interessieren. Lernziel 5 ist eigentlich kein Tool. Das ist schon ein Rezept. Weil Tools sind ja Skills, die wir brauchen, um eben Rezepte umzusetzen. Und Geradengleichung besteht ja aus verschiedenen Steps. Und in diesen Steps werden ihr eben Vektortools verwendet. Ist aber nicht weiter relevant für dich. Hauptsache du kannst es halt. Skalarprodukt, Winkel, Kreuzprodukt, Wege im Koordinatensystem und die Geradengleichung. Schreib mir mal, ob alles klar geht. Und wenn nicht, versorge ich dich nochmal mit entsprechenden Videos. Und dann kannst du dann nochmal nachlegen. Wie geht es dir sonst so? Schreib mir. Wenn du bisher noch nicht so viele Kommentare geschrieben hast. Schreib ruhig mal. Ich möchte wissen, wie es dir geht. Auch wenn du so etwas sagst. Ja, ich bin gerade total unmotiviert. Und weiß überhaupt nicht, wie ich anfangen soll. Mach das. Schreib mir einfach mal, dass ich ein bisschen stärkere Interaktionen habe. Diese Arbeit hier hinter so einem, dieser ganzen, naja. Also die Arbeit hier ist halt sehr einsam. Und da ist es immer total schön, wenn ich viel von dir lesen kann. Nice. Hälfte ist geschafft. Und ich würde sagen, lass uns die zweite Hälfte gemeinsam angehen. Und lass uns richtig effektiv weitermachen. Ich freue mich, dass du weiterhin dabei bist. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Da beschäftigen wir uns mit den Themen Geraden und Ebenen. Ich freue mich drauf. Dein Rick. Dein Rick.